Hier ist unser Bluefit Park. Hier können Sie mit unserem Personal Trainer mit Ihrem eigenen Körper trainieren. Er zeigt es Ihnen. Er gibt auch persönlichen Rat. Es gibt auch Cardioscan, ein Gerät, wo er ein paar Elektrodinger ranmacht und dann Ihnen sagt, wie Sie sich ernähren müssen und welche Sportart Sie machen müssen. Nach dem Test, wie viel Wasseranteil, wie viel Fettanteil, wie viel Muskulatur Ihr Körper hat und nach Ihrem Alkoholgewicht, wie Sie sich ernähren müssen und welche Sportarten Sie machen müssen, erklärt dann unser Bluefit persönlicher Trainer. Dann haben wir auch hier Spinningräder und Slacklines, Bogenkiesen, Trampolin, eine Boulderwand und hier ist dann halt Step Aerobic.